In der Schlacht bei Höchst trafen während des Dreißigjährigen Kriegs am 20. Juni 1622 Truppen der ehemaligen protestantischen Union und der katholischen Liga aufeinander. Das protestantische Heer unter Christian von Braunschweig Wolfenbüttel erlitt dabei eine schwere Niederlage gegen das von Tilli und Cordoba geführte Liga-Heer. Vorgeschichte Tilli hatte im April 1622 die Schlacht bei Mingolsheim gegen Mansfeld und Georg Friedrich von Baden-Dorlach verloren. Er zog sich mit seinem geschwächten Heer in Richtung Würzburg zurück. Dadurch blieb die Pfalz ohne genügenden Schutz durch die Truppen der katholischen Liga. Christian von Braunschweig wollte diese Situation zu einem entscheidenden Schlag gegen die Liga nutzen. Er rückte mit 12.000 Mann Fußtruppen, fast 5.000 Reitern und drei Geschützen von den westfälischen Bistümern durch das Wesertal und durch Hessen in Richtung Main vor, um diese mit den Truppen Mansfelds und Baden-Dorlachs bei Darmstadt zu vereinigen. Die Schlacht Am 15. Juni erreichte der tolle Christian mit seinem Heer bei Oberursel Kurmainzisches Gebiet. Er schickte eine Vorausabteilung von 1500 Mann unter Oberst von Kniepausen nach Richtung Höchst, um die Stadt anzugreifen und im Handstreich zu nehmen. Damit sollte der ungehinderte Brückenschlag über den Main gesichert werden. Doch die Kurmainzische Garnison und die Höchster Bürgerwehr verteidigten die Stadt erfolgreich. Kniepausen ließ daraufhin die Stadt belagern und am 16. Juni zur Übergabe auffordern. Die Höchster lehnten ab und nachdem Kniepausen Verstärkung bekommen hatte, setzte er zum Sturm auf Höchst an. Die Verteidiger und viele Bürger flohen vor der Übermacht und die Braunschweiger nahmen die Stadt ein. Die verbliebenen Einwohner waren Plünderungen und Gewalttaten ausgesetzt. Die Braunschweiger begannen am 18. Juni mit dem Bau einer Schiffbrücke über den Main. Einen Teil des Holzes dafür kauften sie im neutralen Frankfurt am Main. Unterdessen rückte Christian mit seiner Hauptstreitmacht in Richtung Höchst und zerstört dabei die Dörfer Eschborn und Sulzbach sowie die Stadt Oberursel. Gleichzeitig näherten sich die Truppen Tillis in Allmärschen aus Richtung Würzburg. Am 20. Juni war die Schiffbrücke fertig. Die braunschweigischen Truppen formierten sich bei Sosenheim zur Schlacht mit dem inzwischen eingetroffenen Heer unter Führung Tillis und Cordobarsch. Das 20.000 Mann Fußtruppen und 6.000 Reiter umfasste. Die mit 18 Kanonen artilleristisch weit überlegenen kaiserlichen Truppen, die im Verlauf der Schlacht auch noch durch ein Heer unter Franz von Hövelberg verstärkt wurden, drängten die Braunschweiger in Richtung Main. Christian gab daraufhin an seine Truppen den Befehl zum Rückzug über die Schiffbrücke auf die südliche Mainseite. Der Rückzug geriet unter dem Beschuss der Kaiserlichen zur Panischen Flucht. Eine Chronik berichtet, dass Christian mehr Soldaten durch Ertrinken im Main verlor als in der Schlacht selbst. Die Flüchtigen haben ihre Retirade auf die Brücken genommen und sind deren etliche hundert darunter vornehme Befehlshaber ertrunken. Irrer V.I.L. haben durch den Main gesetzt und sind am seppigen Abend in großer Flucht und Unordnung jenseit Frankfurt ankommen. Historisch nicht nachweisbar ist wie in einem anderen zeitgenössischen Flugblatt berichtet, die Ermordung aus höchst abziehende braunschweigischer Soldaten obwohl ihnen freies Geleit zugesichert worden war. Man vermeint, dass auf der braunschweigischen Seite in allem bei 2000 Dirkis aber über einhundert tot geblieben sind. Und obwohl man denen im Schloss zu höchst gelegenen 400 Soldaten Quartier versprochen VNDT mit weißen Stäbleinen kordert, sind solche doch niedergehavert worden, weilen sie zuvor großen Mutwillen verübt. Der gesamte Tross und sämtliche Geschütze von Christian zerfielen Antilly und Bronckhorst. Christian selbst konnte mit 3000 Reitern, 8000 Mannfußtruppen sowie seiner Kriegskasse entkommen und sich zu Mansfeld durchkämpfen. Darstellungen der Schlacht Neben einigen zeitgenössischen Flugblättern und Chroniken, die über die Schlacht bei Höchst berichten, hat Merin das Schlachtgeschehen und den Übergang der Braunschweiger über den Main in einem Kupferstich festgehalten. Ein weiterer zeitgenössischer Kupferstich eines unbekannten Künstlers zeigt das Schlachtgeschehen in einem großen Geländepanorama. Der flämische Maler Peter Sneas hat die Schlacht in einem Monumentalgemälde festgehalten, das heute in einem Brüsseler Museum hängt. Jedoch war keiner der genannten Künstler Augenzeuge des Geschehens. Künstler Augenzeuge des Geschehens.